Hallo und willkommen zu einem Video der ELO Digital Office GmbH. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in ELO Office Wiedervorlagen anlegen, wie Sie Termine für andere Benutzer erstellen und wie Sie automatische Wiedervorlagen einrichten. ELO Office bietet die Möglichkeit, Erinnerungen und Aufgaben zu erzeugen und diese gegebenenfalls an andere Benutzer weiterzuleiten. In unserem Beispiel erstellen wir Wiedervorlagen für mehrere Dokumente, für die wir jeweils eine andere Priorität festlegen und verteilen Aufgaben an unterschiedliche Benutzer. Wählen Sie das Dokument aus, für das Sie eine Wiedervorlage erstellen wollen. In unserem Beispiel wollen wir eine Wiedervorlage für eine Rechnung erstellen. Ziehen Sie das Dokument per Drag & Drop auf die Schaltfläche Aufgaben. Der Dialog Wiedervorlage erscheint. In diesem Dialog nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen zur Wiedervorlage vor. Legen Sie beispielsweise das Datum und die Priorität des Termins fest. Außerdem lassen sich zu jedem Termin Arbeitsanweisungen hinterlegen. Klicken Sie auf OK, um alle Angaben zu bestätigen. Der Dialog schließt sich und der Termin ist angelegt. Wir wiederholen diese Schritte für zwei weitere Dokumente. Möchten Sie sich einen Überblick über bestehende Wiedervorlagen verschaffen, wechseln Sie in den Funktionsbereich Aufgaben. Der Funktionsbereich bietet weitere Funktionen zu Wiedervorlagen. Legen Sie das Startdatum fest, von dem ausgehend die Termine aufgelistet werden sollen. Die Funktion Vorschaudauer legt die Anzahl der Kalendertage fest, die bei der Auflistung im Voraus berücksichtigt werden. In der Aufgabenliste sehen Sie eine Übersicht aller angelegten Termine. Diese Termine können in Abhängigkeit der festgelegten Priorität gefiltert werden. Aufgaben werden standardmäßig ab einer gewählten Priorität aufwärts angezeigt. Diese Einstellung kann über die Konfiguration geändert werden. Bereits angelegte Aufgaben lassen sich auch nachträglich bearbeiten. Wählen Sie eine Aufgabe in der Aufgabenliste aus und klicken Sie auf Aufgabe ändern. Der Dialog Wiedervorlage erscheint. Sie können nun Änderungen an der Aufgabe vornehmen. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, kann sie aus der Aufgabenliste gelöscht werden. Wählen Sie die Aufgabe aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag. Das Kontextmenü erscheint. Klicken Sie auf Löschen. Die Wiedervorlage zum Dokument wird gelöscht. EloOffice bietet die Möglichkeit, für andere Benutzer eine Wiedervorlage anzulegen. Gehen Sie ein Dokument auf die Schaltfläche Aufgaben. Es erscheint der Dialog Wiedervorlagen. Geben Sie alle Angaben zum Termin ein. Im Bereich für Benutzer können Sie nun den Benutzer auswählen, für den der Termin bestimmt ist. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit einem Klick auf OK. Bei bestimmten Dokumenten wie Rechnungen und Verträgen ist es sinnvoll, direkt beim Ablegen ins Archiv einen Wiedervorlagetermin zu setzen. Diese Funktion lässt sich über die Verschlagwortungsmaske auswählen. Klicken Sie auf die Elo-Schaltfläche. Wählen Sie den Menüpunkt Systemeinstellungen aus und klicken auf Verschlagwortungsmasken. Der Dialog Verschlagwortungsmasken erscheint. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen. Wählen Sie eine Verschlagwortungsmaske aus. Im Bereich Wiedervorlage können Sie bei Bedarf festlegen, ob beim Ablegen des Dokuments eine Wiedervorlage für einen bestimmten Benutzer angelegt werden soll. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf OK. Wir hoffen, dieses Video war aufschlussreich. Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere Elo-Office-Webseite. Sie erreichen uns auch über den Customer Service oder den Elo-Office-Support. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Mal.